So ihr Lieben, nachdem ich so vergeigt habe, mal wieder mit dem Video, folge auch dem Ruf, das noch so ein kleines bisschen im Mund ablassen, also, ist aber eine einmalige Sache. Nachdem ich so vergeigt habe, der Endstufe, mache ich es eigentlich noch einmal auf und schaue mal rein, was ich da gebraten habe. Eigentlich will ich euch ja nur zeigen, was ich da gelötet habe. Da ist die Leiterbahn, die er hier auf und dann fehlt das Pad. Da habe ich jetzt einfach ein Draht gebogen, der der alte Leiterbahn folgt. Der ist gebogen, da drum Fisch gebraten. Das ist alles. Mehr gibt es glaube ich gerade nicht zu zeigen. Schaut, wie lange der Gimbel das Bild durchhält. Ihr seht, was ich gebraten habe. Das soll es noch als Nachwurf gewesen sein. Und weiter geht es hier. Ciao. Ciao.